Hallihallo Hallöchen! Willkommen zurück zu Weird Park Broken Tune, hier beim Bonus-Kapitel. Und ja, es hat eine Ewigkeit gedauert, bis hoffentlich jetzt diese Aufnahme endlich mal klappt. Erst hatte ich keine Lust zum Aufnehmen, weil das Spiel irgendwie nicht meins ist. Dann war es so, wo ich es dann aufgenommen habe, dass hier City Au einfach zwischendurch mal gesagt hat, ich habe keinen Bock und mitten in der Aufnahme aufgehört hat, aufzunehmen. Ich wimmel mal hier los, das hier ist eine Nachsynchronisation, weil ich habe es, glaube ich, sechsmal oder so probiert, es wollte nicht. Es wollte nicht Video und Audio aufnehmen, gleichzeitig, ich weiß nicht warum. Und ja, deswegen eine Nachsynchronisation. Video ist aber von der ersten Aufnahme, das habe ich dann nicht nochmal gemacht. Und ja, das ist hier, glaube ich, der tausendste Versuch, dann wenigstens noch die Audioaufnahme zu machen, weil zwischendurch dann auch nochmal ein eigenes Mikroschrott gegangen ist. Herrlich, oder? Also, wunderbar. Ja. Das ist hier also eine neue Aufnahme, neues Glück mit einem neuen Mikro und einem neuen Glück. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen mehr Geld ausgegeben, in der Hoffnung, dass ich dann mal ein bisschen Länge hält. Ja, was suchen wir denn? Taschentuch, Tonband, Raupe, Kaffeebott. Ja, und ich fände mal wieder irgendwas anderes. Ist ja klar. Ja. Jedenfalls. Da setzt auf einmal wieder die Musik aus. Ich denke, jedes Mal an dieser Stelle, irgendwas stimmt wieder nicht. Es hat oft gehört, abzuspielen oder irgend so was. Nee, dabei hört einfach nur die Musik da prompt auf. Jedes Mal kriege ich einen Schock. Ich hoffe, diese Aufnahme klappt jetzt hier wirklich. Und dass das irgendwie passt. Dass das alles klappt, hoffe ich mal. Ja, jedenfalls nicht mehr so ein Billigmikrofon in Anführungsstrichen, sondern etwas teurer, wo man ein bisschen mehr Schnickschnack dran hat. Äh, und mit einem Tisch, also ist jetzt ein Tischmikro, vorher war das auf einem großen Ständer. Jetzt steht das Ding auf dem Tisch, mit einem Pappschutz aber weiterhin davor. Und, ja. Ich hoffe auch, dass ich dann jetzt nicht mehr so oft gegen das Mikro komme. Weil ich hatte mir auch neue Kopfhörer geholt. Ähm, in der Hoffnung, dass dann das Mikrofon nicht mehr die Geräusche vom Kopfhörer aufnimmt. Und bin dann immer mit einem Kopfhörer gegen das Mikro geraten. Und ich hoffe, das wird jetzt einfach alles besser. Und ich klatsche hier, genau. Ich quatsche hier einfach drüber. Und ich weiß nicht, ich habe ja geführte tausend Versuche gebraucht. Und die Aufnahme hier, das Bonus-Kapitel, geht, glaube ich, knapp zwei Stunden. Und könnt ihr euch vorstellen, wie viele Stunden ich jetzt schon gequatscht habe hier drüber. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich hier noch quatschen soll. Weil, äh, für mich ist es ja so, die Themen hast du alle schon abgehakt, was du quatschen kannst. Aber so ist es ja gar nicht. Ihr habt ja nichts davon. So ist das. So, und ich finde weder Taschentuch, noch Raupe, noch das Hufeisen. Da war das Hufeisen. Die Raupe, die war fies. Die sehe ich jetzt natürlich sofort. Und das Taschentuch auch. Aber, ähm, wie das immer ist. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, und wie ich mich natürlich, äh, aufgeregt habe. Gerade ist die Folge draußen mit dem Fisch. Mit, äh, Sebastian Horatius Black. Ähm, und, ja, ich glaube, hatten wir sowas hier im Bonus auch, oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ob wir hier sowas im Bonus auch hatten. Sowas wie dem Fisch. Gott. Sowas geht natürlich gar nicht. Genau, einfach mal hier den Roger fragen. Und da unten ist die Raupe. Jedenfalls sowas wie den Fisch geht gar nicht, dass du da tausendmal draufklickst und, äh, nix passiert. Wem gehörte dieser Aktenkoffer? Also, ich wünschte, ich wüsste die Kombination. Hm, Spinnweben. Sehr nett. Eine Katze. Der Luchs sieht wütend aus. Vielleicht, äh, kann ich ihn mit etwas zu fressen besänftigen. Oder ablenken. Ja. Eine Sonne. Ein Manneken. Und ein Haus. Das ist giftiger Epoil. Poison Ivy. Ich werde ihn nicht mit bloßen Händen berühren. Und das könnte böse Ausschläge geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm, mach ihn mit dem Fuß weg. Also, ich verstehe die Frau nicht. Dreh die Kreise, bis das Bild wieder hergestellt ist. Ja, und, äh, da hat mich ja die liebe Ero angeschrieben, äh, per Kommentar, aber, dass es doch schade ist, dass ich die Bonusspiele hier so schnell übersprungen habe. Ähm, lag zum einen daran, dass ich wirklich zu lange Aufnahmesessions gemacht habe. Ähm, hier natürlich dann jetzt auch mit zwei Stunden werde ich in Zukunft versuchen zu ändern. Nicht mehr so lange Aufnahmesessions zu machen, jedenfalls hier bei so Denkspielen nicht. Ähm, zum anderen lag es aber auch, denke ich mal, da dran, dass, äh, manche Bonusspiele, Bonusspiele sage ich schon, Minispiele mir einfach irgendwie, ja, zu blöd waren. Jetzt nicht im Sinne von Pipi leicht, sondern ich dann diese Art von Minispiel einfach nicht mochte. Hier zum Beispiel, ähm, mit der Puppe, mit dem Fingerding, wo man die Finger befreien musste. So eine Art Minispiel ist nicht meins. Hier auch, das werdet ihr ja dann schon gesehen haben, weil die Folge jetzt momentan noch nicht draußen ist, aber wenn hier das Bonus rauskommt, die graus sein wird, was für ein Satz, äh, Gehirnbrand, ähm, dann werdet ihr sehen, das mit der Orgel. Warum habe ich dann das abgebrochen, habe ich da, glaube ich, schon gesagt, ich hasse Orgelmusik. Und dann ein Minispiel, wo man dann da diese scheiß Orgelmusik ertragen muss und, äh, dann, wenn du was falsch machst, alles von neu machen musst. Tut mir leid, da habe ich dann wirklich die Nerven nicht für. Und das eben liegt vielleicht auch daran, dass Weird Park nicht mein Wimmelbildspiel ist. Dass ich wirklich mir eigentlich nur noch gewünscht habe, bitte sei zu Ende. Ähm, das habe ich mir, ja, da war ich auch mit den Nerven am Ende. Und das merkt man, glaube ich, auch ein bisschen hier im Bonus-Kapitel, ähm, das Ding mal sieht so aus, als, äh, wäre es eingefroren. Ich glaube, es fehlt etwas. Und da ist genau das Gleiche. Und, ja, das merkt man dann einfach, dass man sich dann irgendwann, das... Ähm, ich brauche etwas, um das Wasser, äh, zu transportieren. Ähm, genau. Und hier können wir den Code eingeben, nämlich die Sonne, das Manneken und in, äh, das Haus. Das merkt man ja leider dann an der Spielweise, ähm, dass es nicht das Spiel für einen ist. Ein Horn. Ein Posthorn. Können wir damit vielleicht die Katze irgendwie verscheuchen? Ähm, der Look sieht nicht so wütend, äh, sieht wütend aus, aber geht nicht, ähm. Und ich bin aber dann niemand, der dann, ich habe ja das Wimmelbildspiel, dann das Let's Play angefangen. Ich bin dann niemand, der dann einfach, ähm, ja, der Eimer könnte nüssig sein. Ich muss einen Weg finden, um da heranzukommen. Ja, ich hasse den Eimer mit... Ach Gott, ja. Ähm, dass man einfach merkt, ähm, eben mit einer Spielweise, tausendmal den gleichen Satz angefangen, weil ich hier irgendwas vorlesen muss, äh, dass einem das Spiel wirklich quasi nervt und man es nur noch zu Ende haben möchte, aber weil man das Let's Play eben angefangen hat und weil ich jemand bin, der gerne Sachen dann zu Ende bringt. Oh, neues Wimmelbild. Erstmal aber den Lux ablenken. Dann das eben trotzdem durchzieht, was natürlich aber dann ein bisschen, ja, dem Let's Play schadet. Aber, ähm, naja, ich glaube, ich hätte dann jedes Mal eine Woche Pause machen müssen, um dieses, äh, Wimmelbildspiel weiter zu spielen und ich weiß nicht, ob meine Laune irgendwie gestiegen wäre dadurch. Ganz ehrlich, ich habe auch gelesen, eben Rezessionen bei Amazon und so und einige Leute waren schon begeistert davon und, ja, da sieht man dann mal, wie die Meinungen auseinander gehen. Und es ist nicht schlecht, das will ich jetzt hier nicht sagen. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist eben nur von den Rätseln her und was ich gesagt habe, dass man Gegenstände bekommt, die einem irgendwie scheinbar nicht weiterbringen oder ein bisschen wirklich unlogisch erscheinen. Ähm, das ist dann eben nicht meins. Das ist dann zu abstrakt oder so. Aber, naja. Wenigstens haben wir hier keinen Jiminy-Grille, der einem die ganze Zeit die Ohren zulabert. Tut mir leid, Jiminy, ich muss auf die rumhacken. Und das ist ja immer so, nur weil man etwas kritisiert, sachlich und einfach sagt, was einem daran nicht gefällt, ohne jetzt hier rummopfern zu wollen. Also so, so. Äh, voll scheiße, ey. So kacke, verbrennig, für immer und ewig darf keine Spiele. Nein. So ist das ja nicht. Ähm, ich hoffe, ich übersteuere nicht so doll. Ähm, ja, also wenn man eben was einigermaßen sachlich, sage ich jetzt mal, ähm, hier kritisiert, sagt, das und das finde ich jetzt nicht so gut gelungen, dann heißt das nicht, dass man das gleich scheiße findet, sondern, dass es eben Mängel hat. Meine Güte selbst, ähm, meine absoluten Lieblingsspiele, da gibt es zwei Punkte oder so, wo ich dann sage, ja, hätte man noch besser machen können. Also, ich finde, da muss man dann auch irgendwie sich selbst gegenüber ehrlich sein und etwas nur in den Himmel loben, finde ich immer ein bisschen seltsam. Was suchen wir denn jetzt? Rasiermesse und Pilze. Oh ja. Ja, Rasiermesse und Pilze. Hm, meine Liebe. Mhm. Ja, da war das, äh, Rasiermesse. Und die Pilze hätten sie einfach noch größer machen müssen, damit auch ich sie endlich mal gesehen hätte. Genau. Einfach nur etwas noch größer machen. Wir haben eine Brechtstange. Und ich will mal Brechtstange sagen. Irgendwie ist da so ein Sprachfehler bei mir drin. Natürlich kann man es nicht mit einem Steckenpferd irgendwie da abmachen, weil die Tusse noch kleiner ist als ich. Aber den ollen Zwerg, da kann man es, äh, reindrücken. Und auf einmal öffnet sich die Treppe. Auf magische Weise. Ja, scheiß Ammer. Äh, Ammer. Eimer. Da habe ich mir schon, merkt man, aufgeregt über den Kack-Eimer. Aber es gibt nur etwas Besseres als den Eimer. Ja, scheiß Puppe. Hier habe ich auch gefressen. Macht die Brücke kaputt und wir können nicht drüber. Ich muss einen Weg finden, die kaputte Brücke zu reparieren.